Hallo allerseits und willkommen zum neuen Programmplan hier bei Dattelzeit, jetzt für den 24. April bis 30. April 2017. Und bevor wir jetzt mal zu dem aktuellen Plan an sich kommen, den könnt ihr ja sowieso sehen, möchte ich gerne noch ein paar organisatorische Dinge klären. Denn das eine wäre die liebe Abo-Zahl. Irgendwie habe ich den Abo-Counter mal wieder aktiviert und seitdem gehen die Zahlen doch etwas in die Höhe, was mich wundert. Vorher hatte ich eigentlich, dass es besser lief, wenn ich die Abo-Zahl ausgeblendet habe bei meinem Kanal. Aber offenbar geht es ganz gut. Vielleicht hilft auch, dass ich auf Twitter ein bisschen Werbung gemacht habe. Hey, es fehlen mir nur noch 8 Leute bis zur 400. Und auf einmal sind die letzten 2 Tage doch einige dazugekommen. Und jetzt mal zur Erklärung, während ich das Video mache, ist die Nacht von Samstag auf Sonntag. Ne? Wisst ihr Bescheid? Das bedeutet, es sind noch nicht so viele Abonnenten wie vielleicht, wenn das Video am Sonntagabend online geht. Ich bin jetzt bei 399 und darf das nicht so feiern. Wobei, ich gucke noch mal kurz. Ne, noch immer 399. Schade aber auch. Darf ich also noch nicht feiern, dass ich die 400 erreicht habe. Und ich weiß nicht, ich glaube zu den 400, ich weiß nicht, ob ich da schon ein Abonnentenspecial mache. Aller spätestens zu den 500 komme ich nicht mehr drumherum. Da muss ich dann mal ein Abonnentenspecial auf jeden Fall machen. Aber da habe ich dann auch schon Ideen in der Hinterhand, was ich mal so Besonderes machen könnte. Ich weiß halt nur noch nicht, ob für die 400. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass im Moment die Zuschauer doch ein paar mehr werden und hoffentlich auch aktiv. Und deswegen wollte ich auch noch mal, wenn wir beim Thema aktiv sind, Zelda ansprechen als zweiten Punkt. Und zwar habe ich mir gedacht, Zelda ist jetzt von den Viewzahlen extrem schlecht. Also von Anfang an hatte ich mir besser gedacht bei Neueinführungen der Switch. Aber vermutlich liegt es daran, fast alle großen Let's Player haben in irgendeiner Form Zelda als Let's Play gemacht. Also die ganz großen, allesamt. Und was bleibt denn für die Kleinen übrig? Nicht viel. Und ich kann es auch verstehen. Ich habe mal beim Gronkh reingeschaut, beim Zelda Let's Play. Und was soll ich sagen? Es ist einfach großartig. Oder bei Honigkuchenball. Da habe ich auch mal reingeschaut. Einfach grandios. Da kann mein Let's Play ehrlich gesagt nicht wirklich mithalten. Von daher kann ich verstehen, wenn ich da nicht großartig Views bekomme. Ist aber halt auch wieder ein Projekt, das am Ende vermutlich 300 Folgen oder sowas haben würde. Und deswegen wollte ich jetzt vorerst zumindest den Schlussstrich ziehen, damit ich den Sendeplatz einfach mal für andere Projekte frei habe. Jetzt erstmal kein neues Spiel. Da wird vermutlich das nächste South Park die rektakuläre Zerreißprobe werden. Aber so, dass ich die vorhandenen Spiele ein bisschen breiter aufstellen kann. Und The Witcher 3, das wird bleiben. Also da habe ich ja schon mehrfach gesagt in den Folgen, komme was wolle. Ich ziehe das Projekt einfach bis zum Ende durch. Das will ich selbst. Ich möchte das endlich mal durchspielen. Und für mich ist einfach The Witcher, ja, was soll ich sagen? Einfach eine Offenbarung des Rollenspiels. Das ist Game of Thrones in Spieleform. Kann man nicht anders sagen. Und deswegen wird The Witcher bleiben, auch wenn das schon etwas veraltet ist und kaum jemand mehr gucken mag. Wobei, jüngst habe ich entdeckt, dass da doch ein paar Neuere dabei sind, die tatsächlich The Witcher 3 auch aufgeholt haben vom Gucken. Die ganzen 150 plus Folgen, die ich schon gemacht habe. Von daher Chapeau an die, die sich das antun. Einmal die Serie hier aufzuholen. Respekt. Und da werde ich euch nicht im Stich lassen. The Witcher wird definitiv weitergehen. So. Aber diese Woche haben wir ja noch Zelda, weil ich noch zwei Folgen auf Tasche habe davon. Und werden vorerst die letzten sein. Und der Plan noch, wie letzte Woche eigentlich. Dienstag und Samstag haben wir besagte Zelda um 16 Uhr. Montag und Donnerstag The Witcher 3. Und Mittwoch, Freitag, Sonntag Planet Coaster. Um 18 Uhr haben wir wie gewohnt unsere Indie-Ecke. Das bedeutet RimWorld an Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag. Und Stardew Valley Dienstag, Donnerstag und Samstag. Also, wie gehabt das Ganze. Ab nächster Woche wird sich auf jeden Fall was tun. Und ja, deswegen würde ich sagen, schaltet einfach dann auch ein, wenn der neue Programmplan kommt. Und ansonsten bei den Folgen. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer, dass ich Zelda erstmal vom Programm nehmen werde, wenn das durch ist, diese Woche. Tut mir leid, aber ich finde das so einfach irgendwie etwas besser. Und bitte deswegen um Nachsicht und bleibt mir bitte treu. Ciao, ciao. Euer Daddelzeit.